Das ist ja alles kackt, Bruder. Weißt du, was hat der Rückschnitt bestimmt? Die hat mir irgendeine Scheiße ausgedacht. Xing-Chan-Chan wäre anscheinend. In zwei Wochen muss ich antworten? Nein, nein, du kannst ganz normal antworten. Das ist gut, Bruder. Das hat Menke. Du gehst zu einer Karnevalsparty. Was ist dein Kostüm? Tagsam. Ja, wie letztes Mal. Ja, natürlich. Super. Xing-Chan-Chan. Hast du in der Schule mal bei einem Theaterstück mitgespielt? Boah. Welche Rolle dann? Boah, ganz früher? In der Grundschule in Brandenburg. Prinzessin auf der Erfse. Du Prinzessin? Ich glaube, ich war Baum oder so. Haha, top. So rechtsneben stand ich oder so. Aber lange her. Wenn du eine Sache an dir ändern könntest, was wäre das? Persönlich? Egal, irgendwas. Haare. Oder sonst was, Bruder. Zu braunen Augen, ich. Winke viel. Meine Rippe. Was? Meine schöne Rippe, ja. Wie ein Skandal. Muss ich zeigen. Zeige mal. Nein, nein, nein. Welches Wort benutzt du am häufigsten und warum? Boah, keine Ahnung, ey. Du hörst mich doch immer sprechen. Was sag ich noch? Scheiße. Scheiße, ne? Nee. Das sagst du oft. Was für eine Frage würdest du gerne mal in einem Interview hören? Guck mich. Wie geht's dir? Guck mal hin. Na, na, na. Na, na. Na, na, na. Na, na, na. Na, na, na. Was war deine Lieblingsserie als Kind? Als Kind? Hatte ich keine Lieblingsserie. 90er noch. Nur noch Gameboy gewesen. Pokémon. Da gab es noch keine Serie. Pokémon ist auch keine Serie, oder? Ja, aber so. Ist das eine Serie? Klar. Ja, jetzt auch. Früher war es. Also Pokémon. Und du? Gutes Antwort. Gleich. Boah. Große Frage. Welchen Song hast du bei deiner internen Vorstellung beim VfL gesungen? Kommt noch. Kommt nicht mehr. Ich sag das denen. Ja, muss ich mal noch überlegen. Ich glaube, du hast auch noch nicht in Köln gesungen. Aber ich auch nicht. Sing ich noch? Kein Problem. Ich habe keine Angst. In Köln sind wir auch durchgetraubt. Ja, nicht gesungen. Ich muss sowieso nicht singen. Ich bin hier zu lange. Ich hoffe. Du musst singen. Ja, hier, kein Problem. Mach ich. Ohne Stress. Was singst du? Muss ich mal noch überlegen. Französisch oder Flämisch? Nein. Ich habe gute Songs. Kein Problem. Okay. Welche Sprache würdest du gerne sprechen können? Französisch. Geil. Aber schwierig zu lernen. Difficile, oder? Ja. Wie gehst du? Aber Spanisch kann ich nicht. Nein, Französisch. Nein, das ist schwierig. Französisch würde ich gerne sprechen. Welche Position hast du als erstes in der Jugend gespielt? Stürmer. Ja? Ja, ehrlich. Bist du mal 14? Boah. Brachial, ne? Ja, ja. Nur Kopf und Daufl. Warum waren deine Eltern mal so richtig krass sauer auf dich? Jetzt bin ich entspannt. Musst du eine schöne, lange Geschichte erzählen. Weiß ich gar nicht, Alter. War noch nicht was sauer, ey. Ich glaube mal eine sechste Mathe oder so. Boah. Aber öfters eine sechste Mathe, wenn ich ein reiner. Standardantwort hast du das? Ja, was willst du denn sonst? Eine schöne Geschichte. Lange Geschichte. Hallo, Alter. Ja, aber so. Schul-Sachen, Mathe, Chemie. Schön. Schlecht. Ganz schlecht. Schön. Hast du nicht etwas Großes gemacht? Nein. Ich war immer artig. Ja, ja, ja. Glaubt auch die Kameramann nicht. Glaubt die Kameramann nicht. Lacht darüber, ne? Zeit genug.